Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Finanzenergie Oktober 2017 Es gibt ein Energiefeld für Finanzen. Dieses Energiefeld ändert sich Tag zu Tag. Ich könnte das natürlich jeden Tag vermitteln. Manchmal mache ich auch solche Aufnahmen wie Finanzenergie. Aber wie wirkt es? Für viele ist es ein Vorteil und sind Gewinnchancen. Für andere ist eher ein Nachteil, weil das Geld geht verloren. Also es ist sehr wichtig, das Maß geschnitten anfertigen bzw. berechnen. Weil dieses Energiefeld wird bei jedem anderes. Und diese Art von Rat, diese Art von Beratung nenne ich als Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung und was kostet das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Bitte dazu schreiben Finanzenergie Oktober 2017. Ich benötige dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Das Ganze kostet 10 Euro. Aber bitte eine Frage stellen. Ich werde die E-Mail persönlich blitzschnell beantworten und Sie erhalten Ihre günstigen Tage, wo Sie gute Gewinnchancen haben oder können Ihre Finanzen verbessern oder die ungünstigen Tage, wo Sie vorsichtig sein sollen, weil das Geld geht verloren oder Sie kaufen etwas und das ist zu teuer. Und ein guter Rat, besonderes bei Finanzen, ist wirklich Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen.